Prinzessin Anne, schon wieder, nach Unfall sagt sie weitere Termine ab. Neue Sorge um Prinzessin Anne, nach ihrem Unfall vor knapp drei Wochen soll die Schwester von König Charles jetzt schon wieder Termine abgesagt haben. Prinzessin Anne, nach Unfall hat sie weitere Termine abgesagt. Wie schlecht geht es Prinzessin Anne, 73, wirklich? Vor knapp drei Wochen gab der Buckingham Palast offiziell bekannt. Dass die 73-Jährige nach einem Unfall mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Was genau passiert ist, ist bis heute unklar, doch angeblich soll sie bei einem Spaziergang von einem Pferdefuss am Kopf getroffen worden sein. Die 73-Jährige selbst kann sich angeblich nicht mehr daran erinnern, was genau vorgefallen ist. Mittlerweile wurde die Schwester von König Charles III, 75, zwar wieder aus der Klinik entlassen, doch zu ihren royalen Verpflichtungen ist sie bislang nicht zurückgekehrt. Die Sorge um Charles' Schwester wächst. Eine geplante Reise nach Kanada hatte Prinzessin Anne bereits absagen müssen und zeigte sich in einem emotionalen Statement überaus traurig darüber. Und nun wächst die Sorge um die 73-Jährige. Anne hatte bereits vor einigen Tagen weitere Termine abgesagt. Auf X, ehemals Twitter, hieß es. Der Terminplan der königlichen Familie wurde auf der offiziellen Website der Royals aktualisiert, um Prinzessin Anne's Termine nächste Woche zu streichen. Da sie sich immer noch von ihrem Unfall im letzten Monat erholt. Was genau der Royal fehlt, ist nicht öffentlich bekannt. Zuletzt wurde über eine Gehirnerschütterung spekuliert. Die nächsten offiziellen Termine sollte Anne um 15. und 16. Juli wahrnehmen. Hier sollte sie auf dem Schiff NVF Haros vor der Küste Schottlands als Schirmherren des Nordern Leithausboot mit von der Partie sein. Doch auch dazu kam es nicht, auch diesen Auftritt sagte die 77-Jährige ab, und damit nicht genug. Denn auch einen Termin beim Nationalen Verband der Bürgerberatungsbüros in Norwich sowie ein Griffes des Rugby-Vereins London Scottish FC hat sie offiziell abgesagt. Auf Facebook äußerte der Sportverein sein Bedauern über Anne's Absage. Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass ihre königliche Hoheit Prinzessin Anne nicht mehr an unserem Barbecue vor der Saisons am 18. Juli teilnehmen wird. Da sie nur langsam zu ihren Pflichten zurückkehrt. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre Genesung. Verwendete Quellen, Buckingham Palace, X, ehemals Twitter, Daily Mail, Facebook